Mit der schriftsprachbasierten App TD Talk von TubiDynavox haben Sie neben der Nutzung der synthetischen Stimmen auch die Möglichkeit, Ihre eigene erstellte Stimme, wie beispielsweise mit dem Dienst von Acapella Smile and Voice, nutzen zu können. Gehen Sie dafür in das Offscreen-Menü, in die Einstellungen und wählen Sie dort den Bereich Stimme aus. Dort haben Sie verschiedene Anbieter im Angebot. Melden Sie sich nun mit Ihren Daten vom Dienst der Stimme an und die Stimmen werden heruntergeladen. Dieses kann wenige Minuten in Anspruch nehmen. Sobald die Stimmen heruntergeladen wurden, wird Ihnen dieses hier angegeben und Sie können unter Stimmen nun Ihre entsprechende eigene Stimme verwenden. Diese wird dann mit dem Logo, wie hier am Beispiel von Acapella, angegeben. Wenn Sie nun über die Tastatur von TD Talk eine Aussage erstellen und diese dann sprechen, wird Ihre eigens erstellte Stimme von dem jeweiligen Dienst für die Aussprache verwendet. Hallo, das ist meine eigene Stimme.